Koehlen. Berlin. Berlin. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Also wir sind jetzt hier in Berlinchen, in einem kleinen Ort zwischen Berlin und Hamburg und haben so circa 180 Einwohner. Das Wunder an Berlinchen sind einfach wir. Es ist der Ort, sind die Leute und das Umfeld. Wir sind jetzt in der Kirche im Glockenturm. Hier kann man so schön über ganz Berlinchen gucken. In diese Richtung haben wir jetzt die Seestraße. Wenn wir jetzt längst rausschauen, dann schauen wir nach Seewiko und das heißt dann im Volksmund der Sexhügel. So ein Partnertausch. Die haben das Häuschen gewechselt. Hier kommen so gerne die Berliner her. Man kann hier die Natur erleben. Ich versuche öfter mal hierher zu kommen. Einfach mal den Sonnenuntergang hier zu genießen. Wir nehmen unser Abendbrot mit. Wir setzen uns hierher und ja, wir reden da nicht viel, aber jeder sagt, war das wieder schön.